Jetzt musst du kurz sagen, wann war das, als du angefangen hast? Ich habe angefangen so 2007, 2008. Da war offiziell das Studio Saskia Dietz? Naja, da habe ich das erste Mal in Paris gezeigt. Aber das scheint für den Laien, also für mich scheint das irgendwie ein relativ großer Schritt schon. Ich fange jetzt nicht an, dass ich einen Ring mache und sage, ich bin Sven Jungsmeier Schmuckstudio und nächste Woche bin ich in Paris, oder? Ja, das war irgendwie so, dass ich im Grunde einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wie man was macht. Immer eine gute Voraussetzung. Ja, und was dann natürlich den Vorteil hat, dass man sich an verschiedenen Stellen gar nicht fragt, mache ich das jetzt so oder mache ich es nicht so, sondern man macht es halt dann so. Und es war so, dass, und warum jetzt meine Idee überhaupt so war und wieso Paris und warum und so weiter, das kann ich, weiß ich nicht mehr. In welchem Rahmen hast du denn da gezeigt? Ich war dann zu Fashion Week. Okay. Genau, Fashion Week und es war dann eben auch so, dass ich mir dachte, naja, also wenn ich was Eigenes mache, dann muss ich eben nach Paris und wenn ich nach Paris muss, dann brauche ich ein Lookbook. Und wenn ich ein Lookbook brauche, dann brauche ich Mirko Borsche. Und den kannte ich damals noch gar nicht. Ach so, du kanntest nur seine Arbeit. Ich kannte, also der war damals noch beim SZ-Magazin, der war noch gar nicht selbstständig. Ach so. Und ich weiß noch, ich habe ihn dann eben angeschrieben und habe gesagt, hör zu, können wir mal Mittagessen gehen? Dann habe ich ihn zum Mittagessen eingeladen. Dann hat er gesagt, ja klar, machen wir. Und dann haben wir das gemacht und deshalb habe ich mich quasi von Anfang an eben so ein bisschen anders bewegt als so die Schmuckszene generell hier. War der Mirko damals, also wenn er fest beim SZ-Magazin war, aufgrund welcher Arbeiten hast du dann eigentlich gesagt, das ist der Look, den ich möchte? Ich habe mir das ehrlich gesagt gar nicht, also ich habe wirklich, das ist genauso wie ich auch, es war glaube ich einfach dann auch an vielen Stellen Glück. Und also so wie, ich weiß auch noch, als ich meine Ausbildung angefangen habe, das war auch nur Glück, dass ich in dieser Werkstatt gelandet bin, weil ich mir damals die gelben Seiten aufgeschlagen habe. Und ich wollte eigentlich nur ein Praktikum machen, weil ich eigentlich an die Akademie wollte. Und dann habe ich eben so Goldschmieden aufgeschlagen und habe die angefangen durchzutelefonieren. Und sowas wie ein Praktikum war in einer Goldschmiede total unüblich. Und der erste Betrieb, wo die Ansage war, eben nicht war, nee, machen wir nicht, Praktikum, was soll das? Sondern wo die Dame am Telefon gesagt hat, naja, mein Sohn hat gerade seinen Meister gemacht, der hat noch nie jemand ausgebildet, vielleicht kann er das mit dem Praktikanten mal ausprobieren. Komm doch mal vorbei, bring eine Mappe mit. Da dachte ich mir, wie Mappe? Also das war wirklich sehr... Organisch, sagen wir mal. Ja, und dann war das aber so, dass die, also die ersten, ich glaube nach der zweiten oder dritten Woche, haben die mich dann gefragt, ob ich nicht für eine Ausbildung bleiben will. Ach, echt? Ja, und weil das diese ersten Wochen so wahnsinnig erfüllend und schön waren, dachte ich mir, ja, scheiß auf die Akademie. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020